Das Projekt Probe-Camping nimmt Formen an. Peter hat sich sogar bereit erklärt, im Wohnwagen zu kochen. Na? Soll ich den Ofen anmachen oder weißt du, wie es geht? Wir machen den Ofen erst gleich an, wenn du mir warmes Wasser geholt hast. Richtig. Und wir nehmen zum Topf wohl Wasser holen. Ja, aber zieh die bitte bei Handschuhen an auf die lange Tour. Nee, da brauche ich keinen. Ich bin abgehärtet. Wie ein Knirsch. Ja, ja, dann sagst du ja, du Knirsch. Nicht Knirsch, Knirsch. Ich mache schon Vorbereitungen. Okay. Ist der hier drauf? Ja, der geht drauf. Boah, ich bin doch kein guter Camper. Ich bin ja sonst ein Naturbursche. Schön ist die Natur. Ich mache es ja einmal mit, ja. Ganz gerne. Sogar lieb. Ein-, zweimal im Jahr. Aber nicht mehr. Das reicht dann schon, gell? Die Natur ist schön, aber da drin ist so lebenscheiße. Weil es zu anstrengend ist. Mann, wo bleibt endlich der Manfred? Ach, Manometer, Manometer. Das ist ein lustiger Wasserhahn. Wie geht das? Warte mal, so ein kleines komisches Ding hier für Wasserhahn. Trollig. Was die alles können, die Technik. Ja, niedlich. Alles aber romantisch niedlich gemacht. Was ist denn das überhaupt oben? Fächer. Fantastisch. Oh, die sind aber sehr sauber. Vorsichtig, ich komme mit warmem Wasser. Ja, ich nehme den an. Nee, nee, nee. Nicht zu heiß. Das ist zu heiß. Ich mache da auch noch den Ofen an. Stell dich hier rein erst mal. Super. Fantastisch. Machen wir mal das Feuer an. Peter? Ja, Günther? Für Golf 2, Viertürich, Baujahr 90, ringsherum, alle Scheiben. Scheiben? Ja. Haben wir alle da. Wenn er braucht, wird es rausgesucht. Hallo? Das haben wir da. Ein Moment. Was wird das kosten? 100 Euro. Das wird 100 Euro kosten. Ja, ist klar. Tschüss. Peter, er ruft an, wenn es soweit ist. Alles klar, Günther. Okay. Ich mache weiter. Jo. Peter, das gehe ich erst mal weg. Ja, okay. Bis nachher. Bis nachher. Fantastisch. Ach, nein. Warm alles. Ach, sieht der lecker aus. Fantastisch. Sie haben mir jetzt gebettelt und gebeten, die beiden Jungs. Nudeln, Nudeln, wann ist mir die Gulasch da und alles. Sag ich, gut, mache ich mal. Jungs, wir campigen ja. Ihr sollt auch was Gutes kriegen. Beim Camping darf man nicht hungern. Wenn man hungert, friert man. Und wenn man gut gegessen hat, kann man in Kälte, Kälte gehen. Und das habe ich für den gemacht. Ja, nochmal drehen, die Nudeln. Na, kommt schon langsam. Essen fertig, Jungs. Kommt rein. Ach, Peter, Peter. Ey, da dampft es ja ganz schön im Wohnwagenwagen. Natürlich, das macht doch Spaß. Peter hat auch Ideen. Boah, der kommt ja auch auf der einen Fälle hier. Das ist Essen. Nur noch im Wohnwagen. Nein. Ja, das ist gut. Du setzt sie da hin, wenn ich schon mal durch. Ja. Nudeln. Nudeln a la Peter im Wohnwagen auf dem Hof der Ludolfs. Eine echte Premiere für die Brüder. Ja, das reicht doch noch von uns. Ja, genau. Ich bin Uwe. Schmeckt gut, gell? Ist in Ordnung. Das Essen war sehr lecker. Ja, siehst du, sogar in den Wohnwagen. In der frischen Natur schmeckt es gut, gell? Und selbst im Campingurlaub kocht Peter selbstverständlich seine berühmten Nudeln. Ja, mit den Händen. Wir sind ja jetzt an Campen. So viele Nudeln meine ich, sonst wird mir der Uwe zu dick. Sieht sehr lecker aus. Ah, jetzt kommen sie. Oh, der Teller ist aber sehr warm geworden. Wenn er schmelzt, hebe ich noch schnell vorab. Ich habe ja keinen Deckel mitgenommen. Man denkt nicht an alles. Aber es klappt. Uwe, aufstehen. Essen ist fertig. Ich habe mir auch einen Gros. Ich habe die Luftwarten aufgeklafen. Die hat auch noch geschlafen. Jetzt zum Essen, Jungs. Jetzt kommt die Sonne raus. Wir sind hier am Schaffe und du bist am Faulenzen. Komm mal, Alfred, wir hauen mal richtig rein hier. Das sieht gut aus, gell? Das sieht klasse aus. Guten Appetit miteinander. Guten Appetit. Guten Appetit, Jungs. Junge, ist das schön. Lecker, lecker. Lecker, lecker. So. Ich habe mir an mir geholt. Dann hauen wir mal richtig rein hier. Hat so richtig lecker geschmeckt. Ja. Siehste, das ist so ein ganz anderes Ambiente. Habe ich das euch nicht empfohlen? Ist das nicht schön? Ja, ganz andere Umgebung, ganz andere Aussehen, alles, schöne Luft. Macht richtig Appetit. Ja. Und müde. Und müde. Aber schön. Jungs. Ja. Mach mal weiter. Du machst sie frisch und du angelst. Und ich. Nein, ich mache ein bisschen Bewegung. Ich mache ein bisschen Walking. Mach dann Walking. Und ich. Ich komme nachher wieder. Ach, das sind Deppen. Mach Sport. Wenn es gemütlich ist, ruht man sich aus. Und ich mache nachher. Mh. Herrlich. Herrlich. Einfach herrlich. Haus Günther, pass auf. Nicht das Wasser verschütten. Ich brauche hier alles. Du weißt genau, in der Küche kann ich nichts machen. Da liegt alles in der Ecke rum. Also, das bedeutet für mich, ich koche im Wohnwagen. Wie immer, Italien habe ich auch gekocht. So, ich bin froh, dass wir den Wohnwagen haben. Das ist wie eine zweite Küche. Wir können hier kochen wie ein Container bei der Fabrik. Das auf jeden Fall. Günterchen, ich fühle mich wieder heimisch. Mein Teppich. Ha! Dann gehen wir rein. Einen Moment, so Schnee geht das nicht. Ich bin ein alter Mann. Gitteschön. So, Peter, dann fangst du zu kochen an. Mach ich, mach ich. Und ich bin wieder drinnen, ne? Keine Ordnung. Viel Spaß. Dankeschön. Ach ja. So, Wasser ist dann am Kochen. Ah, Gulaschsoße. Mit Gulasch. Herrlich. So, da werden die Jungs sich freuen. Dann habe ich jetzt zum Abgießen. Ja, gut. Was ist denn da los? Einer hat den Wohnwagen geöffnet. Ah, lecker. Ja. Was machst du hier? Ja. Wird es spannend, oder was? Ja, ich spanne einen Scheißdreck. Oh, ich quäle ich mir. Ich habe mir so abgeschüttet. Du quälst dich? Ich bin hier in unserem Wohnmobil, also Wohnwagen, wo auch Kochel was zum Essen in die Küche geht es doch überhaupt nicht. Wir sind an Renovieren. Ja. Ich bin froh, dass ich ordentlich Nudeln mit Gulasch mache. Aber nicht die Elfretten. Soll ich draufhalten, du bist ein älterer Mann, da helfe ich dir. Bin ich. Ja. Ich bin ja gutmütig. Ah, sieht ja schon gut aus. Krieg ich auch was? Aber nicht zu viel. Ich will nicht ganz einfach mal wieder, Uwe. Ach. Nee, 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 nee. Uieieieiei, die Nudel ist heiß. Warte, die Nudel ist heiß. Ey, mein Finger werden heiß. Nee, du Lest heiß. Einen Appetit miteinander. Guten Appetit miteinander auch. Uwe, weißt du, was mir aufgefallen ist? Zurzeit ist es wohnlicher hier im Wohnwagen als in der Stube. Ist auch. Hier fühle ich mich echt wohler. Mit der schönen Tapete an der Wand, mit dem Fußboden, alles. Macht gut, oder? Ja. Macht gut.